Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungshow bei Perl TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die 5 Euro Show. Es wird hier eine absolute Überraschung. Jedes Produkt ein Schnäppchen, jedes Produkt eine Überraschung. Was keine Überraschung ist, sind die Moderatoren. Die stehen heute fest, Marcel und ich. Und Diana bringt uns die Geschenke, stimmt's? Jawohl, und sie hat ein großes Geschenk dabei. Ich glaube, wir müssen schnell buzzern. Ja, ich buzzer schon mal. Sie dürfen, wenn ihr etwas gefällt, bis zu 5 Mal zugreifen. Und es lohnt sich hier definitiv. Das ist eine Überraschung. In your face. Dankeschön, Diana. Ach, guck mal. Jetzt geht hier so wie langsam die Zeit los, dass man länger mal draußen sitzen möchte. Das ist aber schön. Weißt du, an was mich das erinnert? Es gibt auch diese Weidenkätzchen, die unter Naturschutz stehen. Und das ist so etwas für die Vase. Weidenkätzchen darf man ja nicht pflücken, aus genannten Grund. Die stehen unter Naturschutz. Und das kann man sich aber nach Hause holen. In die Vase, das leuchtet. Man hat hier, nehmen wir so ein kleines Batteriefach. Und dann sieht das unfassbar schön aus. Kleiner Tipp, greifen Sie bis zu 5 Mal zu, weil dann kann man sich so einen schönen Strauß daraus machen. Ja, natürlich. Und das sind also 16 Lichterkugeln, die Sie hier sehen. Und wir dunkeln mal das Studio ab für Sie, liebe Zuschauer, damit Sie eben auch mal einen Eindruck bekommen, wie schön das dann bei Ihnen zu Hause wirken kann. Anna hat es gesagt, bitte auf jeden Fall öfter mitnehmen. Mehr als einmal. Da können Sie sich eine richtig schöne, auch opulente Dekoration nach Hause holen. Und Sie haben hier die Bestellnummer NX9125 und die 569. Ich könnte mir das auch in der Kombination gut vorstellen, wenn eine zum Beispiel davon zwei, drei in eine große, hohe Vase und dann auch noch so dieses künstliche Grün, diese Fahne oder Grashalme, diese großen, und die noch mit dazwischen, so als kleinen Kontrast. Dann sieht das einfach nur wunderschön aus. Das ist total schön. Und man kann das auch wunderbar in ein Geschenk binden. Wenn man zum Beispiel jetzt nicht unbedingt so Geschenkband mag, dass man das einfach oben drauf legt. Das ist sehr dekorativ. Ein Geschenkband schmeißt man häufig weg. Und das ist etwas, das ist dekorativ und dient eben gleichzeitig auch noch als schönes Geschenk. Man kann es zum Beispiel auch im Sommer, dann, wenn man wieder mal in einen Gartenparty schmeißen möchte, in einen kleineren Rahmen, kann man das auch schön auf die Festtafel legen. Das macht was her. Und Sie können sogar die Zweige biegen. Also man kann die in jede Richtung biegen. Man kann es etwas bauchiger gestalten oder wie wir es hier hatten, ganz klein und kompakt. Man kann das sogar ostern, Ostern kann man das sogar mit Ostereiern behängen. Aber Sie können das natürlich auch so lassen, wie es ist. Es ist einfach unfassbar schön und dekorativ. Ja, ich schäme mich ja gerade auch ein bisschen, weil ich habe jetzt mal so zurückgedacht, als ich Kind war. Ich habe die wirklich gepflückt, die Weidekette. Die waren aber auch so schön weich. Ganz weich, ja. Das wollte man ja unbedingt haben. Das habe ich auch gemacht. Es ist natürlich inzwischen verboten. Jetzt machen wir sowas ja auch nicht mehr. Aber damals, es war einfach dieser Reiz, dieser Reiz des Schönen. Und man ist ja extra auf den Spaziergängen, extra so hat man geschaut, wo wächst es denn, wo sind sie denn? Und dann hat man sich so einen schönen Zweig herausgesucht. Hier hat man aber einen dauerhaften. Das ist das Schöne. Der bleibt so schön. Der bleibt für immer schön. Wie gesagt, Sie müssen hier lediglich die Batterien wechseln. Das Batteriefach können Sie natürlich auch gerne hinter einem Blumentopf verstecken oder hinter der Vase. Sie können das natürlich auch in einem Blumentopf stecken. Also, wie Sie das gestalten, ist ganz Ihnen überlassen. Ob Sie das in die Fensterbank legen oder auf die Festtafel oder eben irgendwo hin dekorieren oder auf ein Geschenk. Es ist einfach zeitlos schön. Es verblüht nicht. Und hier ist Abpflücken erlaubt. Die NX 9125 und die 569, das ist Ihre Artikelnummer. Wenn Sie das haben möchten, jetzt schnell in die Leitung kommen. Sie wissen, in der 5-Euro-Show, da glühen die Leitungen. Da möchte jeder sein persönliches Schnäppchen machen. Und Sie können das ja auch täglich hier bei 2.TV. Da gibt es richtige Fans, die schalten ja ganz bewusst immer zur 5-Euro-Show ein. Richtig. Ja, das machen die Fans auch goldrichtig. Denn man liest ja immer Schnäppchen, wir reduzieren unsere Artikel 10, 20 Prozent. Bei uns werden die Artikel teilweise 80, 90 Prozent herunter reduziert. Sie sehen also, hier lohnt es sich immer eins zu schalten und nichts zu verpassen. Danke. Vielen Dank. Bist du jemand, der immer pünktlich ist? Oder bist du so ein zu spät Komma? Ja, also es kommt wirklich auf die Uhrzeit ein, im wahrsten Sinne. Wenn das vor 9 Uhr oder vor 10 Uhr morgens ist, dann kann ich schon mal etwas später dran sein. Danach, wenn ich ausgeschlafen bin, bin ich eigentlich immer pünktlich. Bei mir ist es nämlich auch so. Eigentlich bin ich ein pünktlicher Mensch, aber manchmal, da trödelt man zum Beispiel im Badezimmer, weil man das Handy da nicht dabei hat. Und das ist eine wunderschöne, große Uhr. Also man sieht sofort auf einen Blick, wie spät es ist. Die ist richtig groß, ob sie im Badezimmer hängt, im Schlafzimmer, in der Küche, im Wohnzimmer. Und das ist eine Uhr, die eigentlich aufs Wesentliche reduziert ist, nämlich Uhrzeit ablesen. Es gibt ja mittlerweile so viele Uhren, da ist Schnick, Schnack und Schnürkel. Da hat man so viele Informationen, da weiß man dann gar nicht, wie spät ist es denn jetzt eigentlich. Und wenn man es morgens eilig hat, hier auf einen Blick sehen Sie sofort, okay, es ist kurz nach 17 Uhr. Ja, dieses zeitlose Design, das ja diese Bahnhofsuhren auszeichnet, das ist wirklich klassisch. Und das war vor 50 Jahren schön. Das ist auch in 50 Jahren noch schön. Das kommt nie aus dem Trend, nie aus der Mode. Das stimmt. Da ist es auch ganz egal, wie Sie eingerichtet sind. Ob jetzt Eiche rustikal oder ob eben mit Hochglanzmöbeln in strahlendem Weiß. Also das passt überall hin. Auf den ersten Blick sieht man wirklich auch, wie spät es ist. Vom Durchmesser reden wir hier von 22,5 Zentimetern. Und dieses klassische Design der Bahnhofsuhren, das ist eben genau das Richtige, wenn Sie eine Uhr ohne Schnick, ohne Schnack, ohne Schnörkel wollen. Ein zuverlässiges Quarzlaufwerk ist hier mit drin. Und Sie brauchen dann eine Doppel-A-Mignon-Zelle. Also von daher, das ist auch kinderleicht bei der Inbetriebnahme. Ganz wichtig, wenn Sie sich dafür interessieren, Leitungen sind ja schon gut gefüllt, dann bitte jetzt nicht zögern und sagen, ach, ich gucke mir erst mal die ganze Show an und dann mache ich meine Bestellung. Rufen Sie jetzt schon an. Also Anne und ich, wir sind Ihnen da nicht böse, wenn Sie mal für 20 Sekunden die Aufmerksamkeit dann uns nicht geben. Die SD 161 und die 569 ist Ihre Artikelnummer ganz wichtig. Die nennen Sie uns dann bitte. Was ich auch schön finde, ist so dieser silberfarbene Look der Umrandung. Es sieht sehr edel aus, sehr stilvoll. Es passt, wie du gesagt hast, in jede Einrichtung. Und man darf hier ja auch bis zu fünfmal zugreifen. Zum Beispiel, wenn Sie das gerne im Schlafzimmer hängen haben möchten oder zum Beispiel auch im Flur haben wir auch viele Uhren oder in der Küche. Es ist einfach, es passt überall hin. Und damit kommen Sie auch garantiert nicht mehr zu spät. Ja, und wenn an Ihrem Bahnhof, wo Ihr Zug immer zu spät kommt, die Uhr schon seit Monaten stehen geblieben ist und die Bahn, die ich auswechseln will, dann kaufen Sie für fünf Euro jetzt eine und bringen die dem Bahnhofsmanager vorbei und sagen, hier, ich habe eine neue Bahnhofsuhr und die funktioniert. Die ist nämlich von Pearl. Ja, und dann haben Sie alles richtig gemacht. Und dann kommen die Züge vielleicht auch pünktlicher. Wer weiß, ja, können wir Ihnen nicht versprechen, aber ich drücke Ihnen da auf jeden Fall die Daumen. Zeitlos, klassisch, elegant und einfach nur praktisch und schön. Und das alles für fünf Euro. So leicht kann es gehen. Und wir buzzern natürlich wieder. Ein Produkt jagt das nächste. Oh, ein kleineres Paket. Aber das hat ja nichts zu bedeuten. Also gerade auch in den kleineren sind ja oftmals sehr, sehr teure Produkte drin, die dann drastisch reduziert wurden. Das stimmt. Das ist ein sehr teures Produkt, das weiß ich. Das sind unsere Wandstrahler, die solarbetrieben sind. Gerade Solartechnik ist ja momentan ein absoluter Trend und auch extrem teuer. Schauen Sie mal, ich halte hier diese Solarzelle zu. Sobald ich sie zuhalte, leuchtet das Licht. Das liegt natürlich daran, dass sie nur arbeitet, sobald es dunkel wird, weil im Hellen brauche ich ja kein Licht. Und sie hat auch zusätzlich noch diesen Bewegungssensor. Das heißt, die hat, also sobald Bewegung registriert wird in einem gewissen Erfassungswinkel, geht die sofort an, bleibt dann für ein paar Sekunden an und geht dann auch automatisch wieder aus. Ja, deshalb ist bei uns im Studio auch oftmals das Licht an, weil Diana, die huscht ja auch immer von links nach rechts, von rechts nach links. Und immer, wenn sie vom Bewegungssensor dann erfasst wird, geht natürlich im Studio das Licht an. Jetzt ist gerade dunkel, weil Diana hat sich hingesetzt. Ja, die hat ja auch von, ich habe ja vorhin gesagt, Rebecca hat hier eine Bratwurst gemacht. Und da ist gerade Diana auch beschäftigt, deswegen, die hat gerade keine Zeit. Aber schauen Sie mal, für 5 Euro, was sie hier da bekommen. Und das ist wirklich ohne Montage, ohne Kabel verlegen, ohne irgendwas. Denn es tankt die Energie halt aus dem Sonnenlicht. Und dann, sobald es dunkel wird, ist das Licht an. Und da geht ihm doch jetzt auch ein Licht auf, oder? Mit der NX 6821 und der 569. Mich wundert ja, Anne, dass wir hier wirklich keine Begrenzung auf ein Stück pro Besteller haben, sondern dass wir wirklich bis zu 5 Mal hier zugreifen lassen dürfen. Und das würde ich an Ihrer Stelle auch tun, gerade wenn Sie es jetzt zum Beispiel für die Hauswand möchten, dass man jede Hausseite beleuchtet. Dann brauchen Sie ja mindestens 4, vielleicht auch so einen Kellerabgang. Dass man da auch immer die Sicherheit hat, okay, ich muss jetzt nicht im Dunkeln erst den Lichtschalter suchen. Oder vielleicht zum Beispiel den Treppenaufgang zu Ihrer Hauseingangstür. Das ist so schön, weil es ist intelligente Technik. Sie haben Licht, aber haben keine Folgekosten. Das heißt, Sie müssen keinen Techniker kommen lassen, keinen Elektriker, der in das installiert, die ja auch häufig teuer sind. Da muss man ja allein schon die Anfahrt zahlen. Hier brauchen Sie einfach ein paar Löcher in der Wand und einen schönen Platz. Mehr brauchen Sie dafür nicht. Ach doch, die Bestellnummer brauchen Sie noch. Genau, die NX 6821 und die 569. Sie müssen hier keine Leitung verlegen. Also Sie brauchen nicht in die Wand bohren für eine Leitung, um dann da das Ganze an das Stromnetz zu bringen. Das funktioniert mit Solar und es funktioniert so kinderleicht. Sie müssten nur in die Leitung kommen. 0800 51 51 und dreimal die 4. Dann kommt dieses Produkt im Idealfall natürlich auch mehrfach zu Ihnen, weil von einmal, ganz ehrlich, da ärgern Sie sich hinterher. Weil Sie dann sagen, hätte ich mal 2, 3 mal, 4 mal zugegriffen, bis zu 5 mal dürfen Sie ja. Da sind wir Ihnen gar nicht böse. Es ist ja mit 5 Euro auch wirklich ein Schnäppchen. Also wie oft hat man 5 Euro ausgegeben am Kiosk mal eben so für eine Zeitung und eine Tasse Kaffee. Und das ist dann ratzfatz weg und auf Dauer hat man nichts davon. Hier bekommt man wirklich was Sinnvolles für sein Geld. Sinnvoll geht es weiter, nämlich mit dem nächsten Produkt. Oh, es wird ja immer kleiner. Noch kleiner, es wird immer kleiner. Oh, das ist auch was Tolles. Hast du dir schon mal die Hände verbrannt oder wolltest dein Gesicht waschen mit warmem Wasser und es war aber saukalt? Ja, das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, gerade so im Halbschlaf, wenn man noch so schlaftrunken ist. Man geht dann den Wasserhahn und zack, danach ist man dann hellwach, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Das kann hiermit nicht mehr passieren, denn das ist ein Wasserhahnaufsatz und der arbeitet mit Dynamo. Und sobald das Wasser angeht, registriert es hier eben diese Technik. Und schauen Sie mal, blaues Licht steht natürlich für kaltes Wasser und rot, das ist dann für warmes Wasser. Und das ist auch so ein schönes Lichtspiel, es wertet jeden Wasserhahn auf, es ist was Schönes auch für Kinder, dann waschen die sich gerne die Hände. Und wenn ihr alter Wasserhahn auf Satz E schon so verkalkt ist, kann man ja auch mal einen neuen kaufen. Genau, natürlich. Und hier sehen wir es gerade auch mit einem grünen Lichteffekt. Also wenn es dann ans Zähneputzen geht, dann heißt es halt vom Kind hier, der Papa muss sich aber heute mit dem grünen Wasser die Zähne putzen. Die Mama darf das Rote nehmen und ich nehme dann das Blaue. Und gerade jetzt in dieser Zeit, Anna, soll man sich ja auch die Hände öfter waschen und um die Kinder da auch mal heranzuführen und um auch selber Spaß zu haben. Ja, natürlich kann man dann hier auch mit dem Farbenspiel arbeiten. Das sollte man auf jeden Fall zweimal schon mal mitnehmen. Also einmal fürs Badezimmer und einmal für die Küche, finde ich ja sowieso. Und wenn Sie noch ein Gästebad haben, brauchen Sie es schon dreimal. Und wenn Sie es verschenken möchten, dann brauchen Sie es viermal. Und wenn Sie der Anna eins schenken möchten, brauchen Sie es fünfmal. Und fünfmal dürfen Sie es ja auch bestellen. Ich finde es auch schön für die Badewanne, weil wie oft wollte man eine Badewanne nehmen und dann greift man immer mit den Händen ins Wasser und denkt, oh, heiß. Und hier müssen Sie nicht mehr fühlen, weil hier können Sie das ja sehen anhand der Farbe. Also wer kann schon die Farbtemperatur sehen? Sie ab sofort. Und ich meine, so ein ganz normaler Wasserhahnaufsatz kostet im Baumarkt schon so 15 Euro ungefähr. Und hier zahlen Sie fünf Euro für dieses wunderbare Farbspiel, wie Marcel gesagt hat, gerne auch mehrfach zu greifen. Die NX5049 und die 569 ist hier für Ihre Bestellnummer. Also damit macht wirklich das Händewaschen, das Zähneputzen etc. Richtig Spaß. Und da haben die Kinder eben auch Spaß. Wenn Sie vielleicht keine Spülmaschine haben oder den Kindern auch mal beibringen wollen, dass die auch mal per Hand die Lieblingstasse, den Lieblingsteller auch mal abspülen können und dafür nicht immer direkt die halbvolle Spülmaschine starten sollen, dann lassen Sie die Kinder einfach mal hier mit dem grünen und dem roten und dem blauen Wasser spülen. Ein bisschen Spüli rein dazu und fertig. So einfach kann es sein. Die 5-Euro-Show macht hier wirklich das Leben schöner und auch bunter. Für 5 Euro bitte mehrfach mitnehmen. Leitungen sind sowieso ohnehin gut gefüllt seit Beginn der Show. Aber das war uns klar. 0800 51 51 und 3 mal die 4. Das ist die gebührenfreie Telefonnummer. Aber die kennen Sie sowieso schon auswendig. Die haben Sie alle schon gespeichert. Das stimmt. Wertet auch jeden Wasserhahn auf, finde ich. Es sieht sehr schick aus. Das hat auch nicht jeder. Also sehr, sehr modern, sehr praktisch. Und da waschen sich dann auch die Kinder gerne die Hände. Und Händewaschen, gerade Hygiene, ist ja jetzt wichtiger denn je. Ich habe meine Hände gewaschen. Dann darfst du buzzern. Dann ist es erlaubt. Oh, Preisalarm kommt. Das bedeutet jetzt, liebe Zuschauer, jetzt müssen Sie wirklich schnell sein. Und Sie dürfen einmal zugreifen. Oh, apropos Händewaschen. Händewaschen macht man ja nicht nur mit Wasser, sondern im besten Fall auch mit Seife. Und da haben wir jetzt hier unseren intelligenten Seifenspender. Denn der ist richtig toll. Sie kennen vielleicht diese Seifenspender, wo man die Patronen nachfüllen muss. Da hält man die Hände drunter. Und dann wird hier automatisch Seife ausgegeben, ohne nachzutropfen. Und das ist das gleiche Prinzip. Und da können Sie auch Desinfektionsmittel reinfüllen oder Haarshampoo oder zum Beispiel auch für die Küche das Spülmittel. Also alle Flüssigkeiten können Sie hier reinfüllen und dann wird hier immer diese perfekte Menge ausgegeben. Also das Ganze funktioniert mit Batterien und hat eine Füllmenge von 400 Millilitern. Also Anna hat es ja gerade gesagt, zum Beispiel jetzt in der Zeit, in der wir uns befinden, für Desinfektionsmittel super gut geeignet. Natürlich aber auch für die klassische Seife oder eben auch fürs Haarshampoo oder natürlich auch für weitere Dinge, die Sie ohne Berührung in die Handfläche abgeben lassen möchten. Der transparente Füllbehälter, der garantiert hier die gute Sicht auf die Füllmenge. Dann sehen Sie auch immer, ist noch was drin oder ist er schon leer? Ich finde, der passt auch in weiß natürlich auch wieder sehr gut in jedes Badezimmer. Der passt überall hin. Das stimmt. Und wie gesagt, das ist ja hier der Preisalarm. Deswegen haben wir einen ganz besonderen Preis für Sie. Und den schauen wir uns mal auf Pearl.airn. Oh, da ist auch schon ein echtes Schnäppchen für 14 Euro. Bei uns ist es für 5 Euro. Weißt du, solche Patronen sind normalerweise teurer als der Seifenspender an sich. Und hier füllen Sie irgendeine Seife rein. Gerade so eine Seife im Nachfüllpack, die kostet einen Euro ungefähr. Und dann kannst du das hier einfüllen. Aber wie gesagt, das ist der Preisalarm. Hier nur ein Stück pro Besteller. Die NX5126. Einmal dürfen wir es an Sie für 5 Euro versenden. Wenn Sie mehr bräuchten, dann müssten Sie auf Pearl.de halt. Aber Sie sehen ja schon, wir haben mit dem TV-Sonderpreis hier wirklich ganz den Preis nach unten gedrückt. Einmal dürfen wir es Ihnen anbieten als Preisalarm. Sehr gerne dafür anrufen. Und das ist ja auch wieder so ein Artikel, Anne. Den muss man sowieso in jedem Haushalt haben. Das stimmt. Also Seife sollte man immer im Haushalt haben. Oder Desinfektionsmittel oder Spülmittel. Und das, egal was Sie hier einfüllen möchten. Es geht so einfach hier Deckel ab. Seife oder Desinfektionsmittel reinfüllen. Fertig. Batterien kommen nach unten rein. Und dann müssen Sie nicht viel machen. Und das kann jeder gut gebrauchen. Sieht sehr stilvoll aus. Er hat so ein bisschen was von Hotelatmosphäre, oder? Das stimmt, ja. Und Anne, du kennst das doch auch noch. Früher hatten wir diese Seifenstücke. Und die waren irgendwann nicht mehr schön. Wenn die 5, 6 Mal benutzt waren, dann schwammen die so in ihrem eigenen Seifenwasser drin. Und dann wollte keiner mehr die Seife in die Hand nehmen. Hier ist es ja wirklich so, da ekelt man sich auch nicht. Weil das ist wirklich kontaktfrei. Guck mal, auch Kinder waschen sich hiermit noch mehr oder lieber die Hände. Weil wenn man Kindern sagt, wasche die Hände, dann halten die so ein bisschen die Fingerspitzen drunter. Aber hiermit macht es eben sehr, sehr viel Spaß. Das stimmt. Und wir wechseln. Es geht schon wieder weiter. Schlag auf Schlag. Wir vergeuden keine Sekunde hier. Jetzt haben wir alles im Blick. Jetzt haben wir wirklich alles im Blick. Und zwar mit 1,6-facher Vergrößerung. Und das Ganze kommt auch noch in dieser wunderbaren Schutztasche zu Ihnen. Und jetzt endlich sieht Anne auch mal, wo sie sich gerade befindet. Nämlich im Studio von Pearl TV in der 5-Euro-Show. Schönen guten Tag. Ich bin nicht Ralf Janssen. Also jetzt sieht Anne es endlich. Das sind Vergrößerungsbrillen. Und das ist ganz toll. Weil dann hat man die Hände frei. Egal, ob man sticken möchte, nähen möchte. Oder die Münzsammlung mal genauer unter die Lupe nehmen möchte. Oder vielleicht so kleine Tüfflerarbeiten an einer Festplatte. Oder irgendwelche kleinen Arbeiten, wenn man an der Brille mal so ein Schräubchen festziehen möchte. Sie haben die Hände frei. Und das hier auch noch mit diesem Aufbewahrungssäckchen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja, natürlich. Beim Nähen, beim Basteln, beim Reparieren. Das ist wirklich etwas, wenn Sie etwas genau im Blick haben müssen, dann brauchen Sie diese Brille. Übrigens auch mit einem Anti-Rutsch-Nasensteg. Also Sie kennen ja das Problem. Man sitzt irgendwie und ist mit Hausarbeiten beschäftigt. Und die Brille, die rutscht immer ständig weiter runter. Und man muss sie ständig wieder hochschieben. Das ist nervig. Ja, das möchte man auch nicht. Hier haben wir den Anti-Rutsch-Bügel dafür extra. Ein bequemer Sitz natürlich auch. Und man kann ihn sogar vor der normalen Sehhilfe tragen. Also wenn Sie Brillenträgerin oder Brillenträger sind, dann macht das gar nichts. Die setzen Sie noch davor. Sie wirkt dann trotzdem. Und die rutscht auch nicht runter, wie du gesagt hast. Guck mal hier, die bleibt immer noch da, wo sie sitzen soll. Und das Tolle ist eben auch, die hat einen Blaulichtfilter. Und blaues Licht ist zum Beispiel im Fernsehen, im Tablet, PC, im Handy, also fast überall. Und dieses blaue Licht schädigt dauerhaft Ihre Netzhaut. Und das sind Schäden, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Deswegen lieber gleich schützen. Das heißt, diese Brille können Sie auch zum, wenn Sie arbeiten oder wenn Sie zum Beispiel Ihr Handy haben oder wenn Sie Fernsehen schauen, können Sie die aufsetzen. Also hier schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Es ist vergrößert und es hat den Blaulichtfilter. Also besser kann es nicht sein, oder? Genau, die NX 8386. Das wäre Ihre Bestellnummer, wenn Sie sich dafür interessieren. Und ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja viele Damen, die uns hier zuschauen in der 5-Euro-Show. Und die nebenbei so ein bisschen häkeln oder nähen oder stricken oder so. Und dann immer mal wieder diesen Wechsel haben zwischen Fernsehbildschirm und dann dem, was Sie in der Hand ganz nah bearbeiten müssen. Da ist das natürlich mit so einer Brille eine unglaubliche Unterstützung auch. Das stimmt. Und wie gesagt, dieses blaue Licht ist ganz schlimm. Das unterschätzt man die ganz modernen Handys, haben einen Blaulichtfilter. Aber wenn Sie ein älteres Handy haben oder zum Beispiel einen älteren Fernseher, ist das ganz wichtig. Hier liegt die unverbindliche Preisempfehlung. Das Hersteller ist übrigens bei 20 Euro. Oh, jetzt schauen Sie auf unseren Preis. 5 Euro greifen Sie zu gern auch mehrfach für die ganze Familie. Und mehrfach wird auch beim Wasserhahnaufsatz zugegriffen. Und der ist auch sehr beliebt. Unter anderem hat Heidemarie zugegriffen. Alles richtig gemacht, die Heidemarie. Von Heidemarie kommen wir zu Diana. Unsere persönliche Heidemarie hier im Studio. Oh, guck mal. Ein Herz für Anne. Allein schon diese wunderschöne Geschenkschatulle in Gold ist was ganz Besonderes. Aber noch besonderer wird es, wenn wir diese Schatulle aufziehen. Denn da ist unser Goldanhänger. Und es ist nicht nur der Anhänger, auch die komplette Kette. Und wissen Sie was? Diese Splitter hier drin, das ist kein Modeschmuck. Das sind 23 Karat Blattgold. Und trotzdem 5 Euro? Bei 23 Karat, das ist ja unfassbar. Aber die Kette, die ist jetzt nicht dabei. Doch. Die ist auch noch mit dabei. Schatulle, Kette plus Anhänger mit 23 Karat Blattgold. Und das ist wirklich ein ganz besonderer Anhänger. Für einen lieben Menschen. Für Mama, Schwester oder für die Ehefrau. Es gibt ja auch so Männer, denen fällt es sehr, sehr schwer zu sagen. Schatz, ich liebe dich. Schön, dass es dich gibt. Und dann ist so ein Herzanhänger, so ein Herz sagt mehr als 1000 Worte. Ja, meine Herren, also wenn Sie jetzt schon rechnen, Sie haben vielleicht noch Mama, Schwester, Ehefrau, Freundin und heimliche Geliebte. Dann brauchen Sie fünf Stück. Also Sie könnten es auch fünfmal bestellen. Das wäre gar kein Problem. Die NC 4750 ist Ihre Bestellnummer. Im Übrigen, ich sehe gerade, also man kann aufgrund der großen Öse auch nahezu jede andere Kette hier auffählen. Wenn man jetzt sagt, also eine Goldkette möchte ich dazu nicht, ich möchte das vielleicht ein bisschen moderner an so einem schwarzen Lederband oder so tragen, dann kann man das ja auch einfach wechseln. Vor allem die ist schön alltagstauglich. Die kann man zum Kleid tragen. Die kann man aber zum Beispiel auch mal im Sommer, wenn man so einen Top anhat, tragen. Also die sieht auch auf einem Rollkragenpullover schön aus. Das ist was ganz Besonderes. Zumal dieses Blattgold, das schwebt in eine Flüssigkeit. Das heißt, wenn Sie sich bewegen, dann ändert sich jedes Mal hier das Herz. Das heißt, es ist ein Unikat, denn Ihre Frau ist ja auch ein Unikat und somit auch dieses wunderschöne Schmuckstück. Schauen Sie mal, wie schön das aussieht. Oder es ist was ganz Besonderes, das hat auch nicht jeder. Nee, und liebe Zuschauer, Sie können es aber jetzt zu sich nach Hause holen, eben weil Sie gerade just in diesem Moment die legendäre 5-Euro-Show, die greatest 5-Euro-Show hier bei Pearl TV sehen. Und das ist wirklich eine großartige Sendung, wo wir Ihnen eben diese Produkte so im Preis nach unten drücken, dass wir das Ganze für 5 Euro möglich machen. 0,800, 51, 51, dreimal die 4. Das ist für Sie ein kleiner Preis, den Sie bezahlen. Für alle anderen ist das eine riesige Freude, eine riesige Überraschung. Und wir schauen mal an hier auf Pearl.de. Da kostet die 17 Euro knapp. Also da sind wir hier mit 5 Euro bei einer UVP von 45 Euro. Unschlagbar günstig. Das stimmt. Also da würde ich ruhig mehrfach zugreifen. Man darf sich auch mal selbst beschenken. Wir Frauen haben ja immer gleich ein schlechtes Gewissen, wenn man sich mal Schmuck kauft. Aber bei 5 Euro hat man kein schlechtes Gewissen. Ganz im Gegenteil, da freut man sich doch darüber. Und da freut man sich auch, wenn man darauf angesprochen wird. So, wir machen weiter. Zack. Jetzt wollte Diana gerade ans Telefon und sich das goldene Herz bestellen. Jetzt hat Anne schon wieder gebuzzert. Dann darf natürlich Diana nicht ans Telefon. Dann muss sie uns erstmal das Paket bringen. Ja, 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 so läuft das. Ah, das ist ein gutes Produkt. Weißt du, was es ist? Das ist ein gutes Produkt. Das ist ein Kartnet. Wie? Hier passen sechs Kartenreine, die C-Karte oder zum Beispiel die Gesundheitskarte. Alles da, wo eben Daten drauf sind. Und hier sind Ihre Karten geschützt nicht vor Knicken oder vor Rissen, sondern vor Datenklau. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ja, mittlerweile muss man nicht mehr Ihre Karte klauen, um an Ihr Konto ranzukommen, sondern da gibt es so zum Beispiel eine kostenlose App, die kann man sich herunterladen. Und somit werden kontaktlos Ihre Daten aus der Karte ausgelesen. Und das ist ganz schlimm, weil bevor man das merkt, ist man dann schon leer oder ist das Konto leer geräumt. Und dieses Etui schützt Ihre Karten. Es hat diesen RFID-Schutz. Und das ist ganz praktisch, wenn man im Urlaub ist oder wenn man irgendwo auf einem Markt ist, wo viele Menschen sind, weil man merkt das ja gar nicht sofort. Ich habe ja gehört, du warst auch schon betroffen. Das hat der Ingo mir erzählt. Der Kollege Ralf Jansen, so unschuldig, wie er ja sonst aussieht, wenn er hier im Studio ist. Er ist der liebe Onkel von nebenan, sagt man sich ja oftmals. Aber der hat es da faustdick hinter den Ohren. Der hat nämlich diese App runtergeladen und der hat deine Daten ausgelesen. Ja, der ist einfach nur in meiner Handtasche vorbei. Weil ich wollte das auch nicht glauben. Ich wollte es gar nicht glauben. Ich habe gesagt, Ralf, das funktioniert niemals. Und dann ist er mithilfe seines Handys an meiner Tasche vorbeigelaufen und hat alle meine Daten ausgelesen. Und das ist wirklich erschreckend. Jetzt kenne ich natürlich Ralf und wusste eben, der macht damit nichts Schlimmes. Aber schauen Sie mal, so einfach kann das gehen. Deswegen lieber einmal hier schützen, lieber einmal kleines Geld ausgeben, als hinterher den großen Schaden. Und gerade wenn Sie jetzt wegfliegen, ich habe mal gelesen, am Flughäfen, also da, wo viele Menschen sind, das ist ganz schlimm. Oder so Jahrmärkte, Flohmärkte, Weihnachtsmärkte. Also da sollte man sich schützen. Aber sogar auch am Bahnhof, wenn Sie da täglich mit dem Zug zur Arbeit fahren, zum Beispiel in der Rushhour. Da ist es ja auch voll. Die NX 5769 und die 569 ist hier für Ihre Bestellnummer. Das sollten Sie auf jeden Fall mitnehmen, um großen Schaden abzuwenden. Das brauchen Sie. Ja, und ansonsten, ich meine, die App, das ist für jeden Kriminellen so leicht heutzutage, an Ihre Daten zu kommen. Die Apps, die gibt es dann zum Download. Da muss man noch nicht mal irgendwie in dunkle Machenschaften verwickelt sein. Die kann man sich ganz legal, kann man sich diese Apps holen. Und Ihre Daten leiden darunter. Und wir wollen Sicherheit für Sie. Ihre persönlichen Daten sind das höchste Gut. Es soll auch keiner wissen, was Ihre Krankenkasse über Sie gespeichert hat auf der Krankenkarte. Genau, denn über solche Karten, wo zum Beispiel auch eine Kundenkarte, da kann dann über Ihren Namen auch Verträge abgeschlossen werden. Und ruckzuck hat man mal einen Handyvertrag oder andere Sachen. Und wir hören gerade, die Vergrößerungsbrille ist sehr, sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat Brigitte zugegriffen, liebe Brigitte, alles richtig gemacht. Und Sie schützen auch gleichzeitig Ihre Augen vor dem gefährlichen blauen Licht. So, vom blauen Licht zum roten Licht. Wie kommst du bei Rotlicht auf Rihanna? Jetzt bin ich etwas schockiert, liebe Zuschauer. Wir schauen mal in den goldenen Umschlag. Noch eine Brille. Oh, das ist eine tolle Brille. Die liebe ich ja. Eine 3 in 1. Ja, schauen Sie mal. Das ist eine Brille, ich glaube auch mit blauem Licht. Die steht dir gut, die steht dir richtig gut. Ich schaue mal kurz, also wir haben die Brille mit dem Blaulichtfilterglas. Genau, Blaulicht. Für entspanntes Arbeiten mit dem gelben Nachtsichtaufsatz und mit dem dunklen Sonnenbrillenaufsatz. Richtig, und das Schöne ist, ist diese Aufsätze, also Sie müssen nicht die Brille wechseln, sondern man hat so verschiedene Aufsätze, die halten per Magnet. Und jedes Mal, also es kommt immer auf die Situation drauf an, kann man die wechseln. Und wenn Sie bei der Arbeit sind, natürlich die Blaulichtbrille oder den Blaulichtfilter aufsetzen. Wenn Sie dann zum Beispiel in der Nacht fahren, dann setzen Sie einfach die mit dem gelben Filter auf, zum Beispiel wenn Autos Ihnen entgegenkommen, die blenden. Und für tagsüber, wenn die Sonne scheint, dann nutzen wir natürlich den Sonnenbrillenaufsatz mit UV-Schutz. Das heißt 3 in 1 plus Brillenet, wie? Und ich muss Ihnen sagen, die Form, da gibt es ja so einen ganz bekannten Hersteller, wo du gleich auch mal 200, 300, 400 Euro ausgibst. Das stimmt, und das ist hier vom Prinzip her dasselbe. Aber normalerweise müssten wir jetzt ja sagen, pro Aufsatz 5 Euro, dann wäre das immer noch ein Schnäppchen. Wir sagen aber alle Aufsätze inklusive für 5 Euro. Das ist wirklich unverschämt günstig, was wir da gerade machen. Und deswegen, Sie machen alles richtig, wenn Sie auch dafür in die Leitung kommen. Es steht ja auch der Anne wirklich gut. Schauen Sie mal, das ist wirklich eine Brille, die ist auch stylisch. Es gibt ja funktionale Brillen, Anne, die haben dann meinetwegen auch so einen Gelblichtschutz oder diesen Blaulichtfilter oder diesen gelben Nachtsichtaufsatz. Die sehen aber auch entsprechend klobig aus, die sind nicht schön. Mit der Brille muss man sich nicht verstecken. Nee, das stimmt. Also wie gesagt, die sitzt auch sehr, sehr gut. Das Brillenet-Wie gibt es auch noch mit dazu, das ist alles für Sie mit dabei. Und schauen Sie mal, so einfach geht hier dieser Wechsel. Sie können ruckzuck dann auch hier zum Beispiel den für nachts aufsetzen. Das ist der für tagsüber. Aber alleine eine Brille mit Blaulichtfilter ist schon sehr, sehr günstig jetzt hier für 5 Euro. Und was Sie jetzt sparen, das schauen wir uns gemeinsam auf Pearl.de an. Schauen Sie mal, allein schon in der Premium-Serie 12 Euro. Premium-Serie bedeutet am meisten bestellt, am besten bewertet. Und jetzt bei uns für 5 Euro. Das ist ja, als würde man drei Brillen bestellen plus Brillenet-Wie. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Nee, und normalerweise, mal so eine normale Sonnenbrille in so einem Etui, die kostet schon mehr als 5 Euro. Und gerade Premium-Serien-Produkte sind ja an anderer Stelle deutlich teurer, weil eben der Händler ja sagt, das ist unsere Premium-Serie, die ist super stark angefragt. Natürlich kassieren wir da mal ein bisschen mehr. Pearl macht es anders und sagt, auch die Premium-Serie 5 Euro hier für den Sommerstart. Richtig perfekt, die NX 83 67 und die 569, das ist Ihre Bestellnummer. Auch dafür gerne jetzt gebührenfrei anrufen unter 0800 51 51 und dreimal die 4. Sie bekommen alle Aufsätze inklusive, so wie Sie es gerade auf Ihrem Fernsehbildschirm sehen. Und das Etui ist auch noch mit dabei. Und die Herzkette, das goldene Herz, da nehmen die meisten gerade vier Stück mit. Übrigens Klaus auch, schöne Grüße. Also jeder möchte diese goldene Herzkette haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht kriegst du auch eine, vielleicht hat ein Zuschauer auch für dich eine mitgestellt. Ich hoffe, das ist ein bisschen gut. Bitte lassen Sie mir noch eine Kette übrig. Und vor allen Dingen die Brille, die ist auch richtig schick. Die Sonne kommt ja hoffentlich bald mal wieder raus. Rufen Sie jetzt an, bestellen Sie Ihre Lieblings-Schnäppchen aus der 5-Euro-Show. Mensch, das war es schon wieder. 0800 51, dreimal die 4 ist die Telefonnummer. Seien Sie schnell, denn das war auch schon wieder die 5-Euro-Show. Wir wünschen jetzt viel Spaß. Tschüss.